so wunderschönen guten an meine lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren update video zu bitcoin und ethereum der markt hat sich bewegt unglaublich wir haben richtig ein richtig krassen move gesehen von 0,000 4 prozent oder sowas in der art ja gucken wir also wir haben tatsächlich ein move gesehen wir bleiben hier auf den stundenstadt muss etwas interessantes zeigen wir hatten jetzt heute diesen kleinen move ja es war jetzt nicht die rede wert insgesamt bewegen von 1 ziemlich genau eineinhalb prozent ja ist jetzt nichts was mich jetzt aus der sockenhaut aber wenn wir uns das ganze hier anschauen sehen wir wir bilden hier eine linie bei bitcoin und wenn wir uns die ganze bewegung anschauen diese los hier was wir hier hatten auf den stundenchart ja seht ihr hier kerzenkörper wo wir hier aufgekauft wurden der kerzenschatten hört hier auf also hier ist kerzenschluss und hier fängt dann die nächste kerze an bei ziemlich genau 26.250 us dollar wir sind danach hoch haben diesen bereich hier angetestet hier auch bei der kerzenschluss hier genau auf diese höhe danach sind wir hoch gegangen haben dann diesen bereich hier die 26.250 us dollar nach unten gebrochen und seitdem haben wir es hier vom 18 august an ja haben wir das hier als widerstand gehabt ja ich ziehe jetzt mal eine linie genau in diesem bereich damit ihr das seht was ich meine machen wir es etwas dicker damit es deutlicher ist noch ein bisschen dicker so sollte es für jeden deutlich sein und in was für eine farbe machen wir das machen wir es in dieses signal grün und wenn man es nennt also hier haben wir diese linie ist jetzt hier werden es hier support support hoch runter gebrochen da hatten wir es hier als widerstand wir hatten kein kerzensschluss mehr drüber ja stunden time frame auf dem vier stunden time frame genau das gleiche wir hatten diese linie bei 26.250 us dollar ganz genau seht ihr es hier ja wir hatten sie als widerstand 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 ganze zeit widerstand widerstand der markt hat sich hier ein neues low geholt und hat damit dieser power vom neuen low diese linie nach oben durchbrochen ist aber dann hier natürlich in ein bären level reingelaufen und hat dann von hier aus seht ihr hier diesen bereich diese grüne linie noch einmal angetestet kein kerzensschluss darunter markt geht hoch und hier wieder durchbrochen nach unten und seitdem haben wir auf dem stunden time frame wieder kein einzigen kerzensschluss oberhalb alle kerzen schließen drunter also ich hoffe echt ihr könnt es erkennen hier hatten wir noch mal den versuch nach oben durchzugehen ja auch hier nur drüber gewickt sofort abverkauf nach unten und hier halten uns die ganze zeit unter dieser range und heute wunder was haben wir gemacht der markt ist genau wieder an diese linie hochgegangen ja exakt auf die 26.250 us dollar heute hochgegangen und sofort wieder abverkauft also das heißt wenn wir hier diesen move hier hatten mit diesem move dass sie durchbrochen mit diesem neuen low ja im vergleich zu diesem low ja wo wir es hier nicht geschafft haben mit diesem low haben wir es nicht geschafft diesen widerstand ja nennen wir es jetzt widerstand das ist kein widerstand das ist meine marke wo retailer oder halt support und resistance trader sich eventuell ich weiß es nicht ich schaue keine anderen analysten wo so ein kack oder wo sowas traden ja nicht im kack entschuldigung für die ausdrucksweise ja das heißt mit diesem low haben wir es dann geschafft das hier zu durchbrechen aber nicht nachhaltig weil da kommt hier diese große bärische widerstand ja von den bären level das liegt immer noch bei 26.764 us dollar bis runter zu 26.230 us dollar ja gleichzeitig hat der markt auch hier wieder von 50 reagiert hier heute von 50 reagiert also wenn der markt es mit diesem low nicht schafft diesen widerstand ja nennen wir es mal widerstand nachhaltig zu durchbrechen ja widerstand durchbrochen retest zack darunter gekracht ja dann ist es nach meinem verständnis ja ihr wisst ich habe absolut gar keine ahnung von so etwas wie trading funktioniert ja aber nach meinem verständnis und nach meiner aufgabungsphase aufgabungsphase auffassungsgabe so ist es für mich nur logisch der markt muss ein noch tieferes tief machen ja genau das gleiche hier wenn wir uns das hier anschauen wir hatten hier den abverkauf diesen großen abverkauf jahr letzte woche am vorletzte woche weiß am donnerstag ja diese starke abverkauf sofort aufgekauft aber auch selbst mit diesem low bei 25.161 us dollar und dem bounce nach oben haben wir es nicht nachhaltig geschafft diesen widerstand nachhaltig zu durchbrechen ja das heißt wir sollten nach wie gesagt nach meinem verständnis für den markt müssen wir das hier rausnehmen deswegen gehe ich nach wie vor davon aus dass wir hier tiefere preise sehen ja ich gehe davon aus weil es einfach der markt hier nicht schafft es kann der markt natürlich seitwärts laufen ja und dann mit hilfe von den daten die wir ab am mittwoch donnerstag freitag bekommen ja dann den push nach oben noch einmal versuchen und dann hier durchziehen ja aber früher oder später werden wir dieses level brechen müssen ja wobei das heute schon so war dass wir heute mit dem nächsten versuch ja mit diesem hier es wieder versucht haben und einfach es nicht geschafft haben somit könnte es sein ja also ich will mich jetzt nicht festnageln aber so wie das hier aussieht ja hier dass wir die ganze zeit nur liquidität oberhalb von diesem bereich oder aus diesem bereich heraus fischen könnte es sein dass wir das dass es das schon war dass wir jetzt der nächste push bekommen wird er wird kommen ich weiß nicht wann aber er wird kommen wird dann uns eventuell runter bringen ja wie gesagt wir haben es hier wieder probiert und wieder gescheitert ja und es wäre es dann seitdem wir wieder runtergekommen sind 1 2 3 4 5 mal dran gescheitert auf den stunden time frame also es ist schwierig diese linie müsst ihr euch merken 26.250 us dollar das ist ganz ganz wichtige linie und ich gehe nach wie vor davon aus dass wir hier tiefer gehen in diesem bereich herunter bei bitcoin liegt bei knapp 25.000 us dollar bis unter 23.751 us dollar ist das ziel level von dieser gelben bärischen sequenz ja wir haben sie noch nicht gefinisht das bleibt hier aus das muss noch gefinisht werden dieser bereich und der würde bei uns im übergeordneten bereich genau hier unten liegen dass wir hier runter kommen ich zeichne es euch mal so grob ein dass wir wissen so hier in diesem bereich sollte der markt noch einmal kommen ja und ich gehe stand jetzt auch davon aus dass wir diesen move sehen wann weiß ich nicht ich gehe stark davon aus dass es entweder bis zu den zahlen am mittwoch kommt oder donnerstag oder freitag also im laufe der woche oder wenn dann am wochenende oder kurz vorm wochenende ist da noch den entscheidenden move sehen kann auch sein dass wir bis am donnerstag zum beispiel hier runter laufen ja neues low bilden und dann von hier aus dann mit den daten vom donnerstag oder freitag nach oben durch knallen weiß nicht ich kann nur das sagen was ich hier sehe und der chart sagt mir der markt hat einfach schwierigkeiten über diese linie drüber zu kommen nachhaltig mit diesem law hat es nicht geschafft mit diesem law nicht geschafft wir akkumulieren uns zwar jetzt hier bullisch aber trotzdem will ich sehen dass der markt hier drunter geht und diese gelbe sequenz finished jetzt sehen wir auch gleich grad noch mal einen leichten push nach oben aber ja schauen wir mal wie sich der markt entwickelt bei ethereum ähnliche spiel bloß da haben wir keine so große damit keine eindeutige resistance linie aber auch hier bei ethereum wir haben schwierigkeiten wir bilden hier im belgischen trendwende bereich hier sowas einen absteigenden kanal und auch hier wenn es das so ein zeichnen seht ihr wir können hier das 50 level nehmen von bullischen trendwende bereich ja das könnte man dann hier so auch als linie ziehen und so seht ihr wir haben hier ein dreieck was sich hier runter läuft in der regel wir kommen ja von oben wird wahrscheinlich dieses dreieck dann wird sogar passen am mittwoch ja wahrscheinlich gebrochen sodass wir dann hier am mittwoch wahrscheinlich den nächsten move sehen sondern nach oben oder nach unten ich kenne mich da nicht aus wie gesagt wie so ein dreieck gebrochen wird wenn man das als dreieck einzeichnen würde ist zwar nicht schön aber was ich sagen will ist wir sehen hier eindeutig lower highs die lows sind eigentlich auf einer linie ja man könnte hier auch ein dreieck einzeichnen hier unten könnte man so was in der art und da seht ihr ja hier es wird sich am mittwoch hinauf hinauslaufen dass das dreieck gebrochen wird müssen wir abwarten leute stand jetzt machte der markt für mich keine bullischen anzeichen ja jedes mal wenn es versucht auszubrechen wird er sofort und rejected von daher müssen wir abwarten ich bin hier nicht lang gegangen ich hätte mir hier gewünscht bei bitcoin dass wir noch ein etwas tiefer gehen ja dann hätte ich hier meine auto platziert hier knapp drunter aber so wie der markt jetzt hier reagiert dass er hier wieder schwierigkeiten hat über diese resistance zu gehen ja ich wie gesagt davon aus dass wir hier er runter gehen als dass wir hier das weiße ausspielen mit c level hier oben in unserem bärischen trendwende bereich ja wie gesagt es kann sein dass wir noch hoch gehen aber es sieht für mich nicht stark aus wenn uns auch das volumen hier an anschauen hier oben habe ich das mal hingepackt weil unten stört es mich nur ihr seht hier auf dem volumen ja volumen nimmt deutlich ab ja deutlich und die großen volumen kerzen die wir haben manchmal größer für euch ja ihr seht hier wir haben die großen volumen kerzen sind alles rote kerzen auch wenn hier eine grüne dabei war aber selbst diese kerze dieses volumen hier ruht auf einer bärischen kerze ja auch wenn es grün ist hier vom mittwoch 18 uhr sehen wir hier mittwoch 18 uhr war es das hier ja wie gesagt auch das hier war dann eine bärische kerze also die hat uns dann hier hochgeführt wurde abverkauft ja also es sieht nicht wirklich prickelnd aus wie gesagt volumen geht stark zurück ja markt reagiert hier an diesem bereich müssen jetzt gucken leute sollte der markt das hier natürlich nach oben durchschießen dann müsst ihr dieses high auch rausnehmen bei 26.820 30 ungefähr müsst ihr nach oben in einer starken bewegung durchschießen aber selbst dann erwarte ich spätestens hier in diesem bereich dass wir abverkaufen und neues low sehen also ich halte die füße still ich trade jetzt auch wieder nur altcoins wie ihr wisst wenn ihr meinen kanal länger verfolgt seitwärtsphasen bei bitcoin sind altcoin phasen für mich fall läuft ganz ganz gut ja habe ich hier und eingestiegen bei drei dollar 25 mal schauen ich lasse den laufen stop loss ist auf den entwicklung gezogen beziehungsweise leicht im gewinn ziele hier oben bei 4 dollar 17 4 oder 16 respektive mal meine long zu mal schauen ob sich das ausspielt wenn ich dann auch okay ich habe es nicht dringend nötig ja also von daher würde ich sagen das war's liebe leute ihr seht morgen früh wieder natürlich bitcoin und ethereum update von mir und mal schauen was uns die nächsten stunden noch bringen wie gesagt sollte das hier rausnehmen gehen wir hoch aber selbst dann erwarte ich hier spätestens den weiteren abverkauf er kann aber auch jetzt schon stattfinden der markt sieht es geht hier nicht höher es fehlt einfach der kaufdruck ja so machen sei die market maker die brauchen auch die retailer die mit ziehen hier nach oben und wenn keiner einkauft dann geht halt im aktiven ja bis dann der vielen gewinn index noch stärker nach hinten rauscht und dann nach unten raus stehen nachdem wie man es sehen will ja sehr spannende phase ich bin bitcoin ethereum grad technisch bin ich raus sage ich ehrlich wie es ist ich warte bis die markt mehr signale gibt jetzt in dieser zone wo wir genau am bullischen belchen trendwende bereich stehen absolut keine chance dafür ist mir mein hart verdientes geld viel zu schade als dass ich hier verbracht verbraten und ich würde sagen jetzt war's das mit dem update video ich wünsche euch noch einen wunderschönen rest montagabend für alle die diesen content feiern oder mich unterstützen wollen ja lasst doch gerne ein kostenloses abo da ein kommentar ein like und die glocke auf alle stellen damit ihr benachrichtigt werdet sobald ich ein update video hochlade wenn du das gemacht hast dann würde ich mich bedanken und wenn du es nicht machst dann lass wenigstens einen negativen kommentar da egal was hauptsache ein kommentar muss muss nicht ein freundlicher kommentar sein ich kann was ab und von daher liebe leute ich wünsche euch einen wunderschönen restabend und bis zum nächsten update video euer jo macht es gut ciao ciao leute